Grüß euch! Nächster Tag, nächste Übung. Heute wieder eine Kniebeugen-Variante, weil ich die Kniebeuge einfach ganz, ganz wichtig finde. Zum einen gibt es die Möglichkeit mit einem Partner, Hände geben, die Zehen aneinander und wir rennen uns beide zurück, richtig gute Spannung, Schultern weg von den Ohren und gehen dann gleichzeitig runter. Ganz oben und wieder auf. Und wieder oben und wieder auf. Und ich weiß es nicht, 10x5 wäre natürlich großartig. Ah, jetzt musst du schon schlafen. Und nächste Variante, ich habe da eine Tür, das seht ihr leider nicht. Ich halte mich an der Klinke fest und gehe da. Ganz runter und ganz rauf. Das heißt, wenn ihr keine zweite Person zur Verfügung habt, macht ihr es einfach so. Also viel Spaß. 10x5 Serien. Ihr schafft das.